Wir sind vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von der Personalgewinnung. Wir suchen Auszubildende für die Berufe Verwaltungsfachangestellter, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste oder auch Gärtnerinnen und Gärtner sind hier auf der Seidural vertreten. Wir haben ganz viele interessante Kontakte, ganz viele interessante Menschen kennengelernt und freuen uns einfach, wenn die Leute zu uns kommen, sich für unseren Beruf interessieren, auch für das Arbeiten im Bezirk, den Bezirk mitgestalten wollen, freuen uns auf alle, die kommen und Interesse haben.